tali zahmer and welcome to the historic kingdom planet's doing cool do we build something nope but i wanna check it out ich baue nix aber wir gucken uns das ganze mal an es ist nicht das erste mal dass ich starte weil ich habe schon mal eine aufnahme gemacht boden versaut bla 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 so it's not my first recording because i had some sound issues okay um ja ihr seht hier continue wacky first park new creator park scenario park missions load resume exit a lot is grayed out because it's an early access version important this is early access und wir gucken mal was er schon kann es gibt eine kleine serie hier wir haben alles auf ultra das muss ich aber klein nochmal checken weil gestern gab es da ein problem master volumen können wir mal hochsetzen ich habe eh getrennte audiospuren so we pimp a little bit of volume color oh we can change the color i haven't seen it yesterday okay nice focus camera shake invert rotation patch scroll patch scrolling speed okay da haben wir schon mal ein bisschen was so bindings die müssen wir lernen dass wir schnell bauen können aber wir wollen erstmal auschecken so wir gehen auf neu so we go new we have äh three also costa rica spain und united kingdom diese drei sind verfügbar im early access so early access only three now we take spain system so und dann haben wir verschiedene modi challenge mode sandbox das ist unser lieblingsmodus als kreativspieler so sandbox for creative gamers challenge yeah that's it easy normal hard uninteresting now sandbox here we can set up everything as sandbox wirklich verdammt viel wenn ihr tycoon sagen custom whatever kreativ geht automatisch schon auf unlimited money it's a creative modus wir haben alle researchers unendlich und 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 das heißt wir müssen uns eigentlich um gar nichts kümmern nicht einmal um welfare dessen so ist also deaktiviert a lot is deactivated but what we want is animal die tiere müssen kacken we want some shit und unlock all natürlich ähm was brauchen wir also laden wir mal das spiel let's start dum 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 uh that did du-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de implementing culture melodi die email service players war da-da-da-da-do don't get thirsty okay so yeah a lot of features been a model belonged to zoom maptels that aren't considered dinosaurs okay time speed up yeah Satan high shell und und um today is will be a shorter video. So what we can press is for all the Planet, Coast and Zoo fans T and we get our webcam. Yay! U and E also works. Q and E funktioniert. Die T-Taste funktioniert. Ist das nicht toll? Es sieht aus, als ob das glaube ich diesmal die Ultra-Einstellungen sind. Gestern hat das verhauen. So we check the settings again. I don't trust it. Yeah, it's still Ultra. That's nice, that's nice. Also wir haben immer noch Ultra. Hier haben wir Power-Menschen etc. Gehen wir mal später drauf ein. Heute mal die Basics. Also das ist Spanien. Sieht schon mal ganz cool aus. Also, was können wir machen? Wir fangen mal an. Miete. Ich weiß es nicht. Terraforming. Terraforming. One of the absolute Basics. I can already tell. I love it. Also, hier können wir hochgehen. Bis auf 100 Meter. Bäume und alles geht mit. So, trees. Everything goes with us. That's pretty cool. I don't know if I like it or not. Actually, I like it. Das ist schon mal cool. Wir können das Ganze auf ein Level bringen hier. Abklachen. Dann können wir dem Ganzen Struktur geben. Das können wir schon. Wir können die Intensität einstellen. Können wir auch. Und tadaa. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wir haben schon was. Jetzt gehen wir mal auf. Große Intensität. Kleiner Radius. Und machen das Ganze ein bisschen kleiner. Ja, das ist ungefähr wie Maske. Es fehlt dann noch ein bisschen das Coloring. Ich weiß nicht. Da könnte man jetzt zum Beispiel Select All machen. Und einen Wald drüber klatschen. Einfach so. Random Bäume. Das ist richtig geil. Und Dschungelwälder zu bauen. Das. Das ist. This is a really nice feature. We can remove grass. We can later to that. And now I can follow this a little bit here. Ooh. An ugly mountain. Yay. What's also interesting is water. Wasser. Oh, wie finde ich? Calm water. Können wir hier einfach reinzeichnen. Ihr seht. Man kann das reinzeichnen. Man muss nicht vorher irgendwas machen. Man zeichnet sich das Wasser. Warf water. Ist natürlich anders. Und wird abgetrennt von dem Wasser. Das heißt, wir könnten da jetzt so. Ups. Reinzeichnen. Yay. Tic-Tac-Toe. Wuhu. Ja. Muddy water. So, die drei Wasser, die wir haben. Und wir können es auch wieder wegmachen. Und tschüss. Tschüss Wasser. So, the water feature is pretty cool. And we can set up the water deep. Oh. And we said it was still grayed out. Ah, it's still grayed out. I don't think we can do it. Okay, this is a feature that comes later, I guess. Now we have one meter. That, oh, good. Now we can move the terrain. Oh. Oh. Ah, smooth. Erode. Okay, also pretty cool. So, a lot of terrain features. That's pretty nice. I like it. I like it a lot. Let's bring this on a level here. Really cool. Really cool. Also, das ist schon mal richtig geil. Vielleicht könnte man jetzt hier auch ein bisschen die Kur reinbringen. Jetzt soll ich mal gucken, wenn man hier runter geht mit der Intensität. Können wir hier. Ja, wir können es einfach ein bisschen durchschimmert. Sehr gut. Je länger wir drauf bleiben, desto mehr kommt. Okay. So, the next thing here you can see, they have grass. Oh, grass. Ist das nicht geil? Richtig gut. So, und das letzte, worauf ich heute noch eingehe, erstmal kurz, ist... Ja, nicht die Modulare. Hier gibt es vorgefertigte Items. Ba, 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 ba. Das ist Spinnemeier. Workshop Objekte, whatever. Das sind einfach die In-Game jetzt. Joa. Extruren sind okay. Kann man erstmal nicht meckern. The textures are good. Nothing to complain about it. Lightning is a little bit... I don't know, if I like it or not. What's pretty ugly are the guests, but in a later video. I don't know if I like the lighting or not yet. I will cover this in a later video. Also, some other kleine Wege und so. Und wir sehen schon, wir haben grid und non-grid Items auch hier. So, we have grid and non-grid Items. And a lot of stuff here. Doors, fences, signs. Oh, sehr schön. Wir haben Buchstaben. Wir nehmen mal eins hier, ein V. Okay, so. Also, da haben wir das Alphabet. Wir nehmen das Ganze mal und gehen hier in den Advanced Editing. So, we go in Advanced Editing. And here it is. What we waited for long. Scaling. 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 Wir haben Scaling. Wie geil ist das denn? Also, wir haben da ganz normal unser Tool. Können das auch nutzen. Ich kenne die Shortcuts hier noch nicht. Es reagiert aufs Licht. Wirft es auf einen Schatten. Ja, Schatten wirfen ist es auch da. Also, ich glaube, wir bauen dann den, oh, Gardening. Was haben wir da? Ich glaube, wir müssen mal auf jeden Teil einzeln eingehen. Aber hier machen wir erstmal okay. Was ist da auch kein Problem? Lilian. Wie gesagt, also alles nachher. Was haben wir da? So, Einstellungen. Angel Snap. Ganz wichtig. Oh, Y-Line funktioniert auch hier. Ich hätte gern aber mal Day-Night-Cycle. Den Nine-Time. Dann machen wir uns mal Tag, bitte. Ich hätte gern, dass er an die... Na, also mit den Items. Ah. Align to surface. Here it is. That's what I was looking for. Really good. X. You can, with X. Yeah, with X, you can rotate. Okay. Feels a little bit ugly, but I don't care for now. Just showing the pieces. Damn. Prefabs. Okay. Hello. Prefab, where are you? Rotate place. Nice. Edit group. What do we have here? Okay. It's the tree. We rotated it however we want. We can. Yeah. Angel Snap is 90 degrees. Go to 40. Yes. Can we? We can. Damn, guys. You can build so many trees with that. And ugly shapes. I don't care. Damn, is this good. Is this a good feature? Damn it, guys. Nice. Wow. Wow. Bathroom sign. Scenery. Vossals. Murals. Statues. Only here. A few. Extended. Scaling feature is so damn nice. Wow. So, a little bit bigger dinosaur, huh? And we can select, wow, even different materials. Wow. Okay. Different positions. Materials. Wow. That is. Okay. That's really cool. That's really, really cool. Now we have this big-ass dinosaur here. Well, the shapes are a little bit weird, but that's fine. Nothing. Exit group. Okay. So, we have groups and everything and stuff. I don't know if we can upload to the workshop or not yet. Something I have to check out. Here we have the light, ceiling, wall lamps. Structural. It's not so many pieces for now, in my opinion. But thanks to scalability, we can do a lot with them. Basic shapes. Displays. What do we have here? Wall curve. And then we select. Okay. So, we take the type of pieces. We take the type of pieces. We take the type of pieces. And then 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 we take the type of pieces. Also, we have one piece here, which in Planet Coaster is already one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine pieces or more. Okay. So, this single piece would have been ten pieces in Planet Coaster, because we can change the textures. Okay. I will do this in future videos, but now our big ass Dinosaur T-Rex and the reason T-Rex. Ciao, Tama. See you. Wish you well. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020